Nun bin ich schon einen ziemlich weiten Weg gegangen als junge Frau und es hat nicht geklappt. Dann gibt es jetzt eine unglaubliche Terminologie von Ausdrücken und Möglichkeiten, die man schwer versteht und nicht weiß, was es bedeutet. Kannst du uns da etwas Einblick geben? Also die Möglichkeiten der sogenannten künstlichen oder artifiziellen Befruchtung oder Fertilitätsbehandlung sind vielfältig, aber eigentlich kann man es auf zwei Bereiche oder Blöcke reduzieren. Das heißt, das eine, ich würde jetzt mal sagen, eine Minimalart der artifiziellen Befruchtung ist die sogenannte Insemination. Die oft steht ja auch in den Büchern oder Zeitungen als EUI, intrauterine Insemination. Aber wenn man es Insemination bezeichnet, dann reicht es eigentlich. Da geht es darum, dass die Frau, dass im Prinzip der Eisprung getimt wird. Das heißt zum Beispiel bei unregelmäßigen Eisprungen oder unregelmäßigen Zyklen kann man ein sogenanntes Zyklusmonitoring durchführen und man kann mittels Ultraschall ermitteln, wann eine Eizelle oder wann ein Follikel reif ist zum Springen. Man kann den Eisprung sogar auslösen medikamentös und kann dann diesen Eisprung, den Eisprung kombinieren mit der Applikation des männlichen Spermas. Konkret wird das Sperma über einen kleinen Kunststoffkatheter appliziert. Das heißt, wenn wir wissen, der Eisprung erfolgt innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden, dann wird die Frau eingeladen und Sperma vom Mann wird optimiert. Das heißt, es wird einfach konzentriert und zentrifugiert und mit der Vorstellung, dass man eine ausreichende Menge von Sperma in guter Qualität mit hoher Spermienzahl gezielt mit der Eizelle in der Gebärmutter verbindet. Also das ist die sogenannte Insemination oder in dem Sinn künstliche Befruchtung, die aber darauf beruht, dass man es eigentlich anstatt über den Geschlechtsverkehr über einen Katheter appliziert. Der zweite große Block, der dann eigentlich eine andere Dimension hat, ist die künstliche Befruchtung im Sinne von in vitro oder IVF, was ja in aller Munde ist. Dort wird die Eizelle mit Sperma tatsächlich im Prinzip im Reagenzglas oder eben extrakorporal befruchtet und die befruchtete Eizelle wird dann sekundär bei der Frau in die Gebärmutter eingepflanzt. Also die Insemination ist natürlich eine einfache Möglichkeit, die man bis zu drei Mal zum Beispiel probieren kann. Und die Erfolgsrate ist auch gar nicht schlecht. Allerdings gibt es auch hier Versager und dann der nächste Schritt wäre dann die In-vitro-Befruchtung, die eben dann wie gesagt in der Petrischale im Reagenzglas die Befruchtung stattfindet und dann das Embryo transferiert wird. Und da gibt es dann wieder, von da aus gibt es dann wieder vielfältige Möglichkeiten, zu welchem Zeitpunkt das Embryo transferiert wird, in welchen Nährmedien das aufgezogen wird. Es gibt Fälle, wo auch die Spermaqualität so schlecht ist, dass man ein einzelnes Spermium in die Eizelle applizieren muss. Das nennt man ICSI. Also da sind dann die Möglichkeiten vielfältig. Da arbeite ich mit Kollegen der Reproduktionsmedizin zusammen, mit denen ich das dann auch bespreche, beziehungsweise die Frauen das besprechen. Und das ist dann eine andere Stufe, eine andere Dimension der Fertilitätsmaßnahmen.